Ist das nicht dieser eine Schiedsrichter von TikTok? Aber was macht dieser andere Schiedsrichter mit seiner Hand? Egal. Das muss er doch sein. Keine Ahnung, wer da spielt, aber... Schaut euch mal diese Freistoß-Variante an. Ai, schade. Aber voll schlau. Ansonsten war das Spiel aber nicht so spannend. Aber meint ihr, das war dieser Schiedsrichter?